ich probiere es na gut aber müssen wir ein bisschen warten aber dann kann man nicht irgendwie es geht nur beim lagerfeuer darf ich dir sagen wie viele croc samen es gibt ja ich habe schon gehört um die 900 oder so das habe ich schon gehört wurde schon des öfteren im chat erwähnt hier oben ist nichts da könnte ich theoretisch einfach rüberfliegen oder ja hier gibt es anscheinend auch nichts das ist schade und der berg ist es heftig für so eine große map sind das nicht viele ja das stimmt wenn man theoretisch könnte man auf ihrem berg einen croc setzen das ist dann trotzdem gibt es noch so viele leere stellen mehr oder weniger eine truhe immerhin es zahlt sich halt einfach immer aus irgendetwas zu besteigen erkunden oder sonstwas also einen berg zu besteigen der falsche silberner ruine ok 100 ruine sind jetzt nicht die welt aber immerhin satz ich zwar nicht umsonst sagen wir es so in selder ort sind es hundert skutula da ist die map ja klein und sehr unzugänglich ok ich habe 343 crocs gefunden oder ist aber auch schon eine menge fast die hälfte ich weiß nicht ob ich so viele finden werde ich fühle mich süchtig und hier ein croc ui du hast mich entdeckt sehr schön sagt beim stein lebe wohl so Wie gehen wir denn den Berg jetzt an? Gut, ich würde sagen, ich fliege dort rüber und dann... Ja, schauen wir mal. Bin weg, da mein PC ausging und nicht wieder Twitch anmachte. Ah, WB, WB, oh nein. Willkommen zurück im Stream der Zelda-Süchtler. So, das wird sich aber nicht draus gehen. Das ist ein großer Berg hier. Auf dem war ich auch noch nicht. Der wird heftig. Wo stehst du in der Story eigentlich? Bei Impa. Ich war gerade das erste Mal bei Impa. Also noch ziemlich am Anfang, du. Du hast keine Layouts oder so. Was meinst du mit Layouts? Was hat sie dir gesagt? Ja, die Story halt. Und die letzten Worte... Also die... Nicht die letzten Worte, aber die Worte für... Für Link von Zelda. Hat halt die vier Titanen erwähnt und so weiter. Na gut, die sind verloren. Die sind verloren. Aber eigentlich könnte ich die auch nehmen. Ein guter Rückenkratzer. Wie schon vorhin noch erwähnt. Bei deinem Stream. Ach so, Layouts? Na, nicht wirklich. Das Einzige, was ich habe, ist ein... Ein Cam... Ein Cam-Layout. Also rundherum so eine schwarze Berandung. Aber sonst... Ich finde, zu viel ist irgendwie... Keine Ahnung. Weniger ist oft mehr. Ich hatte am Anfang mal... Alles möglicherweise... Die Follower und was weiß ich was. Aber das hat mir nicht so gefallen. Keine Ahnung. Ich finde... Ich finde auch Streams, die so voll... Vollgesteckt sind mit irgendwelchen Schriften und was weiß ich was alles. Das ist halt auch irgendwie... Keine Ahnung. Das ist zu viel für Sorge. Finde ich. Also ist meine Meinung. Gut. Fliegen wir mal dort rüber, oder? Aber ich weiß nicht. Das wird sehr riskant dann. Der Berg ist sehr riskant. Sons und so Müll. Ja, Sons finde ich okay. Aber die Sons sind ja bei den Story Games halt immer ausgeschaltet. Das finde ich halt dann übertrieben. Aber wo keine Story da drin ist und so... Das ist... Da finde ich es eigentlich ganz okay. Na, da komme ich nicht hoch. Obwohl vielleicht hier... Kann man kurz rasten. Eventuell. Was benutzen noch mal zum Stream? Ich benutze Stream Mob. OBS, ja. OBS und Stream Labs. Das sind die einzigen... Zwei Dinger. Ich habe es halt getrennt. Es gibt auch... Nur ein... Ein... Ein so ein... Also OBS und Stream Labs zusammen. Aber ich habe es halt getrennt noch. Das ist noch von früher. Das gibt es ja noch nicht so lang. Da ist noch ein Krog. Ha! Ui, du hast mich entdeckt. Sehr schön. Den Stein fetzt man wieder runter. Zack. Okay. Also hat sich doch... Doch rausgezahlt irgendwie. Zwei Krogs. Eine Schatztruhe. Auf den Bergen. Auf dem Berg war ich. Das heißt... Hier runter noch. Da wo ich gerade hinschaue. Ja. Hier. Hier schauen wir noch schnell. Da unten liegt der Kopf vom Skelett. Das ist nicht kaputt gegangen. Oh, geil. So, aber hier gibt es eh nichts mehr. Okay, das war es hier mit den Bergen. Sehr schön. Wir können weiterziehen. Ah, vielleicht gibt es hier unten noch irgendwas. So versteckte Sachen. Aber das ist halt... Weiß ich nicht. Obwohl, da schaue ich noch... Schauen wir noch schnell vorbei. Die paar Sekunden hier. Meine Güte. Ah, da gibt es eh nichts mehr. Okay. Okay, aber dann teleportieren wir uns jetzt. Obwohl, geht das... Oh, ja, gedeh. Stimmt. Jetzt wo du mich erinnert hast an den Beeren. Da würde ich jetzt gerne mal vorbeischauen. Ich will zum Beeren. Aber zuerst muss ich mir noch was kochen. Ausdauer. So ein Ausdauer-Trank. So ein Ausdauer-Trank. Dies muss man. Was ist das? Du schreibst, stop bear abuse. Bear Grylls. Du gehörst mir. Ich werde dich zähmen. Ich werde dich zähmen. Ich werde Bear Grylls zähmen. So, das Feuer ist auch direkt an. Wunderschön. Nein, nicht warten. Wir wollen kochen. So, jetzt müssen wir nur schauen. Was gibt hier Ausdauer? Hier die Kröte, gell? Über natürliche Grenzen hinaus. Tempo. Fortbewegung. Wir sortieren zuerst mal. Ausdauer-Barsch. Genau, das machen wir. Das kochen wir. Mit ein bisschen Salz oder so. Aber machen wir gleich ein paar Zutaten noch. Hier ein bisschen Dich. Und ein bisschen. Da haben wir noch ein rein. Und das haben wir auch noch zwei. Ja, perfekt. So ein Perfekt. Oh mein Gott, ich habe es verkackt. Was habe ich falsch gemacht? Was habe ich falsch gemacht? Ah, die Heuschrecken waren es, glaube ich. Ich glaube, das waren die Heuschrecken. Ah, ich Idiot. Stimmt, weil aus denen macht man ja Tränke. und sowas. Stimmt, habe ich ganz vergessen. Aber was haut man da noch rein? Ich habe es schon wieder vergessen. So Monster... Monsterdinger, gell? Hier haben wir einfach... Hier von... Mein Hirchen... Ja, ja, ja. Er fällt ja auf, dass er von kleinen Hirchen... Hoffst du ihn mit Insekten dann? Ja, das wird schon gut gehen. Das wird schon gut gehen. Ha! Sei ja. Obst, nicht warten. Was, du brauchst da doch so eine Pflanze, hat dir der Engländer gesagt. Ach so, nein, nein. Ein Krog, meinte er. Er meinte, der Engländer meinte... Meinte Krog-Samen. Der Engländer. Ich würde nehmen mal gleich mit, den Topfdeckel. Was ist mit meinem Schniezel vorhin passiert? Ich habe keine Ahnung. Absolut keine Ahnung. Ich habe da nicht so drauf geachtet. So, jetzt machen wir aber wieder ein... Jetzt machen wir ein normales... Mal einen Ausdauerbarsch in die Hand nehmen. Nehmen wir gleich zwei. Und dann kommt... Was haben wir noch mit rein? Machen wir einfach drei Barsche. Und fertig. Ausdauerfisch-Spieß, sehr schön. What? Dreimal voll. Der macht es dreimal voll. Kann ich auch nur einen braten? Das geht auch. Ich glaube, das zahlt sich mehr aus. Wenn man nur einen immer brät. Dann wollte ich noch so ein Rüstungs-Ding machen. Die Kürbisse, genau. Abwehr-Wild-Gemüse, sehr schön. Für zwei Minuten 30 Sekunden. Okay. Dann machen wir... Mal noch mit Pilzen. Drei Minuten 30 Sekunden. Und dann machen wir das nochmal mit den Karotten. Mit den Spurt-Karotten, genau. So. Das ist doch Schnitzel-Zauberei. Na klar. Was? Neun Minuten sogar. Macht dich schneller Level 1. Sehr schön. Okay, das reicht erstmal. Sollte reichen. Jetzt geht es erstmal darunter. Ich hoffe, der Bär ist wieder da. Es war auf jeden Fall Blutmond. Schwupps. Schwupps. Dann ziehen wir uns nochmal die Ninja-Klamotten an. Zack. Zack. Damit wir uns ordentlich ranschleichen können. Und den Bären haben wir auf der anderen Seite gesehen. Ich hoffe, der Schnitzel-Ninja. Ich habe mir Stopp-Bear-Abuse kopiert und schreibe das jetzt jedes Mal, wenn du Bär sagst in den Chat. Okay. 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 Huhu. Sainova. Servus. Guten Abend. Achui. Ups. Also die Waffe ist schon wieder weg. Der Rückenkratzer. Wie kann das sein? Hält ja gar nichts aus. Was ist doch Bär-Buse? Ich habe doch gar nicht Bär gesagt. Das ist doch Bär-Abuse. Schnitzel-Ninja. Alles gut bei dir, Sainova? Oh. Oh. Ah, die ist schon wieder weg. Ja, 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 ja. Bär-Bär-Renn-Schützer. Der Bär-Renn-Schützer. Wer kann das nur sein? Wer kann das nur sein? Welchen Modus spielst du? Äh, normaler Story-Modus. Das erste Mal. Also, bitte keine Spoiler. Oder so. Oder ist er? Er hat mich schon entdeckt. Oh mein Gott. Warte, 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 warte. Jetzt kurz, kurz, kurz. Oh, ich habe ihn. Ich habe den Bären. Ich habe einen Bären. Kann man den noch? Ich will ihn behalten. Oh, ich gehe mal zu den Stellen. Ich habe einen Bären. Was, Domi? Wird gleich traurig sein. Warum? Warum? Warum, Kondomi? Ich hoffe, ja, ja gut. Ich wäre schon sehr traurig, wenn ich den wieder abgeben müsste. Stopp, Bär-Bubes. Oh, der ist so cool. Ich will den behalten. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Ruhig. Ruhig, Baloo. Oder Tibas. Oder Bear Grylls. Oder Wien-Anne-Wien. Oh, bitte kann man den. Oh, der hat Angst vom Bären. Oh mein Gott, ich glaube, es funktioniert nicht. Ich glaube, es funktioniert wirklich nicht. Es funktioniert nicht. Schade. Nein. Schade. Schuppo. Das wäre auch gut. Oh Mann, das ist schade. Naja, kann man nichts machen. Ich habe es probiert. Ich habe es probiert. Sehr schade. Sehr, sehr schade. Alter, hier hagelt es. Was? Echt? Ai, caramba. Oh mein Gott, mein Pferd heißt auch plötze. Ich glaube, das ist bei vielen so. Mir ist einfach kein Pferdename eingefallen. Keine Ahnung. Und plötze ist halt, ja. Ist halt legendär. Wendi, alles klar. Wendi. Das wäre der perfekte Name gewesen. Aber es heißt schon plötze. Balou mag dich nicht, ja. Wer ist denn das ganze Zeit? Also, Kor kann es glaube ich nicht sein, weil der hat gerade eben geschrieben. Das heißt, ich schätze auf, ich weiß, ich wüsste echt nicht mehr, wer das jetzt gerade ist. Bärenschützer und Balou mag ich nicht. Wer ist der Übeltäter? Vielleicht Kondomi? Wobei, der hat Angst um sein Auto. Es könnte Fallen sein. Es könnte Fallen sein. Fallen hat so eine Aktion immer gebracht. Aber Fallen ist mit seiner Leber beschäftigt. Ich könnte es sein, bin es aber vielleicht. Aber bist du auch so einer, Lord Targaryen? Lieber sagt, nein. Ich will halten aber ordentlich was aus. Na super. Ich habe keine Zeit für euch. Da wären wir wieder. So, dann ziehen wir mal weiter. Wo könnten Crocs sich verstecken? Überall. Wie war ich hier oben schon? Ich weiß es gar nicht. Kommt mir aber nicht bekannt vor. Nein, hier oben war ich noch nicht. Da unten war ich. Da haben wir gekämpft. Bittschäger! Boah, auf dem Berg ist es. Oh, da ist es noch. Lieber speichern, oder? Hahaha. 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 Ja, was, 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 was? Ich habe gedrückt. Ich habe gedrückt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich kann ihn nicht mehr anvisieren. Das ist nicht wahr. Warum kann ich ihn nicht anvisieren? Oh, war gut, dass ich gespeichert habe. Ich kann ihn nicht anvisieren. Oh, war gut, dass ich gespeichert habe. Ich kann ihn nicht anvisieren. Ich kann ihn nicht anvisieren. Oh mein Gott. Ich kann ihn nicht anvisieren. Ich kann ihn nicht anvisieren. Ich kann ihn nicht anvisieren. Oh mein Gott. Das ist einfach nur gemein. Also mit dem Anvisieren. Das war zu spät, ja. Ich glaube, ich muss einfach weiter wegstehen, damit das klappt. Fuck. Gut, dass ich gespeichert habe. Sonst hätte ich das alles nochmal rennen können. So, schauen wir zuerst hier unten hin. Ich glaube, hier unten gibt es irgendwas. Maxi Rübe. Ich werde keinen Händler töten, Grauer. Warum bist du unbedingt, dass ich einen Händler töte? Was ist denn das? Warum sollte ich sowas tun? Das kann man nicht zufällig wegsprengen, gell. Oh. 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 Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der dritte Bruder. Wir haben den, oder ist das schon der vierte Bruder? Ivarok. Einer von den Ivaroks. Hm. Weiß nicht, habe ich eigentlich genug Waffen für den? Ich weiß es nicht, ob das reicht. Das war's. Perfekt. Ivaroks. Oh. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ob es ist. Ich weiß es nicht. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ah, das Schwer zerbricht gleich. Dreck! Was ist das? Was ist das? So, den Rest machen wir mit dem Boden. Doing! Doing! Jahu! War es ganz einfach wie die Spinne. Was meinst du? Gibt es da auch noch einen besseren Weg, den zu töten? Oder was? Das hätte ich auch probieren können mit dem Stein. Stimmt! Nur das Problem ist, ich habe nicht mehr so viele Schilde. Ich glaube das war mein einziger hier, ja. Und den will ich nicht zerstören, weil ich den gerne aufhängen würde. Aber gut! Das heißt, hier kommt eine Markierung hin. Genau. Ja, jetzt haben wir wieder viele Edelsteine gefunden. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man Steine zurückschießen kann. Müsste ich später mal probieren, aber... Ja. Wer weiß, wer weiß. Nimm das Blatt. Ich lese das erst jetzt. Nimm das Blatt zum Kampf. Ich brauche wieder Waffen. Es ist irgendwie schade, dass man die Waffen nicht reparieren kann, gell? Eine Schmiede oder sowas, wenn man seine Waffen reparieren kann. Das wäre schon cool. Aber vielleicht gibt es das ja auch. Schauen wir mal. Vielleicht kommt das noch. Du 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 du... Es regnet schon wieder. Ich werde verrückt. Sobald ich in der Nähe von einem Berg bin, regnet es. Bisschen wedeln mit dem Blatt, ja, ja. Du weißt schon, dass ich ihn zerstören möchte. Und ihm nichts Gutes tun möchte. Oh, da unten ist wieder ein Lager. Aber man sieht kaum was durch den Sturm jetzt. Wo bin ich hier überhaupt? Okay, da unten ist das Lager. Oh, da unten ist das Lager. Okay. Genau aufs Kumpel. Oh! Fun! Danke dir für die 100 Brösel. Dankeschön. Zack. Ah, die gehen schlafen. Sehr schön. Perfekt. Den stört das überhaupt nicht. Das regnet. Der genießt das richtig. Die genießen das richtig. Zack. Wie ein Ninja. Ein richtiger Ninja. Da hat er die Ninja Rüstung an und schleicht trotzdem. Achso. Kann man einfach so hinlaufen oder was? Das wusste ich nicht. Ich dachte... Ich dachte, ähm... Ich dachte, man wird halt seltener entdeckt. Keine Ahnung. Man ist halt ein bisschen leiser, dachte ich. Was ist das? Was ist da für rotes Zeug drin? Achso, da sind die... Sind die Holzdinger oder... Hä? Warum ist das rot? Verstehe ich nicht. Meines Wissens nach schon, ja. Okay. Ich teste das einfach... Nix mal. Mal später, ja. Oh, das explodiert ja. Wenn man einen Stein drauf wirft. Oh, oh. Da habe ich mir direkt einen Röstapfel gebraten. Das war alles Absicht. Nur für den Röstapfel. Hier, noch einer. Ah, Feuer. Die haben das Holz angezogen. Oh, Lord Targaryen. Danke dir. Willkommen in der Pfanne. Willkommen. Ups. Röstkrabbe. Holzpfeile. M-m-m-m-m-m. M-m-m-m. M-m. M-m-m-m-m. Ups. Da haben wir noch ein paar Sachen... Zack, Zack. So, und jetzt höre ich mir die Truhe, bevor ich es vergesse. Was haben wir denn Schönes drin? Ein Schild wäre ganz cool. Ein Leuchstein. Okay. Okay, ist okay, ist okay. Jetzt genau 666 Rubine. Sehr schön. Gut. Gut. Hier unten bin ich auch einmal gestorben. Achso, ja, das war jetzt, war, war gegen den, gegen den Schüft. Nicht gegen die Ziege da unten, sondern gegen den Wächter, glaube ich, war es. Die Ziege war es. Ja, vielleicht, vielleicht das hier. Alexi, servus. Guten Abend. Achui. Oh, shit. Und danke dir. Ein neues Schnitzel wurde fertig gebraten. Danke dir, Alexis. Wie geht's dir? Alles gut bei dir? Auch schon wieder lang nicht mehr gelesen, gell? Danke nochmal, danke nochmal. Geht gut, soweit. Sehr gut, sehr gut. So, da unten, von da unten kommen wir. Ja, also, ja. Ja, was du so gespielt hast und meine Zeit. Ja, ist halt immer unterschiedlich. Weißt eh. Do we have the Meta Sword and the Hylion Shield? Ähm, nope. War es mittlerweile mal im Zentimeter. Der Steve. Achso, Alexis hat's geschrieben. Ähm, nein. Nein. War ich nicht, war ich nicht. Ich, ich, ich weiß auch gar nicht, ob ich, ob ich, ob ich dort, ob ich dort, ähm, irgendwann mal hinkomme. Ich weiß gar nicht, wo das ist. Ich weiß, dass ich einmal nachgeschaut habe, aber ich hab's irgendwie schon wieder vergessen. Achso, es gibt mehrere. Ah, okay. Okay, okay. Und wieder sind wir ein Submeer an den 100. Ja, ja, Rob. Ja, du vergisst das nicht, gell? Das bleibt, das bleibt jetzt ewig. Niemals, ja, ja. Äh, ich kenne mir das im 18. Ja, der 18. ist halt, das ist halt ein bisschen weit weg von mir. Hm. Für was steht AUT im Titel? Ähm, für, für meinen österreichischen Akzent. Den ich nicht ablegen kann. Der, der ist, der, der wurde mir schon in die Wiege gelegt. Sozusagen. Wie viele hast du? Ich hab absolut keine Ahnung. Sag ich ganz ehrlich. Ich schaue da nicht so drauf. Aber wenn Rob so ein Frag, dann, dann kann ich es ihm gerne sagen. Aber warte mal. Ich könnte ja mal nachschauen. Ist ja, ist ja kein Problem. Ich weiß aber auch ehrlich gesagt nicht, wo, wo man genauer da nachschaut. Warte, ganz kurz. Hm. Warte, da war es falsch. Steht das irgendwo? Ich weiß es gar nicht. Einstellungen Kanal. Oder bei Analyse? Neun Robsom. Neun Stück. Da fehlt noch ein bisschen was. Gell? Da fehlt noch ein bisschen was. Ich weiß nicht, ob der von Alexis jetzt noch zählt. Also, dazu zählt. weil es ja erst kürzlich war. Ich will nicht tanzen sehen. Auf dem öffentlichen Platz in Wien. No, bitte nicht. Ja, Robsom meinte mal, wenn du irgendwann mal 100 Subs hast, dann soll ich auf einem öffentlichen Platz in Wien tanzen und ein Video aufnehmen davon. Ich habe einfach gesagt, okay, wird eh nie passieren. Von daher. Ja, er sagt dann, sag niemals nie. Na ja, schauen wir mal. Ach. und wie lange lange das überlasse ich da oben wien kennt doch kein mensch kopenhagen in kopenhagen soll ich tanzen klar steht für österreich niemals nie ach so ja den fortnite tanz genau stimmt ich soll diesen einen fortnite tanz den kumpel tanz tanzen stimmt ok oh ein häuschen kaputt ist genau das mit den kühen das land mit den kühen und nicht mit den kängurus so dann schmeißen wir ein paar weg ups lass dir nicht sagen das autistik für kaiserreich österreich ungarn genau genau ich liebe der kaiser lang lebe der kaiser ja das will nicht kaputt werden ups na ja normalerweise beim zweiten mal was denn da los so und da springen wir weg das hätte ich eigentlich gleich machen können aber egal kaputt und kaputt was sie wir hier. Frostkraut, eine Heilpflanze, die in großen Höhen wächst. Etwa in den Bergen von Hebra und Gerudo. Als Kochsodat entfaltet das Kraut einen Hitzeschutzeffekt. Oh yeah. So, da müssen wir wieder ein Äpfelchen hineinlegen. Schub, schub, schubs.